Deine Antwort ist richtig. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es war ein bisschen peinlich, aber es ist mir egal, weil ich bin hier nicht zum Braten. Ach du Scheiße, man geht mit nach vorwärts, Gras. Okay, äh... Das ist das. Strafen kann man auch. Dann versuche ich direkt. Kann man auch normal schießen? Ja okay, man kann auch normal schießen. Ich möchte gerne sterben, bitte. Dankeschön. Verliert man Leben? Müsst eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Ach, das ist nicht... Warum muss ich das denn jetzt nochmal beantworten? Wie sieht das Rätsel? Ganz schön beeindruckend. So. Kreis ist die Devise. Ach, fick dich doch, du Hundesohn. Das hat mich nicht getroffen. 28 hatte ich gerade. Und wir haben... 27. Schön, uns wieder ein Leben abgezogen. Ja, dies ist das Rätsel. Blablabla. Ah. Ach, ich hab schon wieder versammelt. Alter, was ist denn mit der Kamera los? Das geht mir jetzt so aufs Ei, ne? Aufs Ei geht mir das. Das ist so ein Dreckslevel, ne? Ich hasse es. Abgrundtief. Jetzt muss ich schon wieder mit dem Hundesohn hier reden. Zwölf Jahre! Oh, ich bin schon beeindruckt! Konnte man das nicht von hier irgendwie machen? Ich wusste doch, da gab es irgendeinen Trick. Irgendeinen bösen Trick. Okay, den hätten wir auch schon. Wie komme ich denn jetzt an den am besten dran? Der schimmelt da hinten noch rum. Super! Super! Wo ist ihmchen? Da hinten, unser. Das müsste aber treffen. Ja. Okay. Das war wirklich ein harter Kampf. Nimm bitte diesen Preis an, für den Gewinn der ersten Runde. Ja, erste Runde, da gibt's nur noch eine zweite. MJ! Nö. Her damit, ich mach mich aus dem Staub. Her damit. Mensch, Mensch, was für ein tapferes Reptil du bist. Aber du brauchst mehr als nur Mut, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ich hab mich grad gewundert, was das für komische Ausschläge sind bei mir in der Dings. Aber ich glaub, es waren Autos in hohen Spuren. So. Und wir werden das jetzt genauso wie eben gerade machen. Jetzt muss ich noch gucken. Wie die ganzen futzis sich aufhalten. Okay, Nummer eins hätten wir. Vorne ist direkt auch einer, so wie das aussieht. Ich weiß, das ist mega assi, was ich hier mach. Aber ich krieg das anders nicht hin. Tut mir leid. Meine Playstation hat grad einen zweiten Gang eingelegt. Vom Lüfter her. Von Lüftigkeit her. Super. Dann ist da hinten noch einer. Das wären dann vier. Da vorne, geradeaus ist noch einer. Fünf. Rechts. Sechs. Sieben. Acht. Wo sind die anderen? Fägen. Eieieieiei. Hier vorne ist auf jeden Fall erstmal... ...dicht. Aua, mein Fuß. Es piekst. Na gut, dann würde ich sagen... Okay, da seh ich ihn. Da ist keiner mehr. Ah, da ist ja auch noch einer. Ah, der war easy. So, vier Stück noch. Dann wollen wir erstmal den da... ...er stört mich nämlich etwas. Er stört mich nämlich etwas. Et-et-et-wiss. Ist mir bewusst. Okay. Dann haben wir da auf der einen Seite dann noch zwei und hier vor Kopf ein. Oh, den sieht man da schon. So, und die anderen beiden, wenn es symmetrisch ist, müssen eigentlich hier drüben sein. Da sehe ich einen. Ah, fuck. Ach, da ist noch einer. Das ist so schlecht zu sehen, ne? Okay, dann ist das jetzt nur noch hier drüben, der eine. Oh, jetzt habe ich das Vieh getroffen. Das war echt ein Kampf des Jahrhunderts. Du bist der erste Drache, der diesen Wettbewerb in über tausend Jahren gewonnen hat. Ich überreiche dir stolz den diesjährigen Hauptgewinn. Oder war das in unter einer Minute? TJ, MJ und TJ. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Wenn ich jetzt KC-Bindenden, ich schneide das mal raus. Also hoffentlich schneide ich es raus. Okay, ich habe mal gerade nachgeguckt. Hier gibt es keinen weiteren Stilpunkt. Ich weiß nicht, was ich da im Kopf hatte. Ich habe es mir jetzt ja nicht wirklich unnötig schwer gemacht, aber ich bin halt mehr auf Nummer sicher gegangen. Da wollte ich nicht hin, ich will hier hin. Aber hier gibt es wirklich nur den einen Könnerpunkt, dass man da in dieses Ding da, Abflussteil rein schwimmen muss. hat einen Fluch auf mich gelegt, nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er hat gesagt, er hätte meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Sieht das wie eine Schlange aus? Es fühlt sich auf etwas komisch an, wenn ich so drüber nachdenke. Junge, Junge, der Hund, der muss dafür bezahlen. Ich mag Agent 9 nicht. Okay. Hinter dieser Tür liegen die fünf tödlichen Prüfungen von König Rova. Noch nie hat jemand alle fünf überlebt. Sie sind sogar so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Hier ist das Rätsel. Ich folge dir überall hin. Aber je mehr du von mir nimmst, desto mehr lässt du zurück. Nein. Zeit. Es tut mir leid, mein affiger Freund. Oh Mann. Halt die Fresse, du Wichser. Je mehr du von mir nimmst... Was soll das sein, Alter? Fußabdrücke? Ach, je mehr du von mir nimmst, desto mehr, desto bla bla bla. Ich musste das jetzt gerade wegdrücken, weil der Typ noch sein geht. Jetzt. Ach, ich... Da wird auch noch hingeführt, oder was? Ah, okay, er kann auch strafen, das ist sehr schön. Was soll das sein, Alter? Oh, oh, oh. Ich hase dieses Level. Es ist echt behindert. Ich brauch das. Sind ja noch... Ne, die Töpfe sind ja keine mehr. Okay, nächste Runde. Ist jetzt mal gut.